Ich habe die Handgelenks-3D-Daten von Bryson Dejambeau bekommen und kann somit seinen Schwung in Einzelteile zerlegen. Ich werde immer wieder von Hobbygolfern gefragt, ob ich ihnen den Schwung von Bryson beibringen kann. In diesem Video möchte ich dir erklären, was man von ihm lernen kann und von welchen Sachen man in seinem Schwung absehen sollte bzw. welche Sachen gesundheitliche Risiken bergen. Also bleib dran, wir starten jetzt! Dieses Video ist in drei Teilen unterteilt. Als erstes sprechen wir über Brysons Golfschwung im Detail und hier insbesondere über den Handgelenks-Einsatz vom Setup bis zum Finish. Danach sprechen wir, wie Bryson in seinem Golfschwung Power erzeugt und wie er dabei den Ball trotzdem noch einigermaßen gerade schlägt. Hier geht es um Technik und nicht um seine körperliche Fähigkeiten. Und am Schluss zeige ich dir noch eine Übung, die du von Bryson lernen kannst, damit du auf der nächsten Golfrunde für Gesprächsstoff bei deinen Flightpartnern sorgst. Mike Schey, der Trainer von Bryson Dejambeau, hat mit den Handgelenks-Sensoren von Hackmotion Bryson Schwung aufgenommen und Hackmotion zur Verfügung gestellt. Diese wiederum haben mir erlaubt, die Daten von Bryson in diesem Video zu verwenden und ich möchte mich recht herzlich bei Hackmotion bedanken, dass ich das tun darf. Und ich werde hier immer wieder Grafen bzw. Zahlen einblenden für die, die es interessiert. Schauen wir uns mal ganz kurz, was Bryson so anders macht wie alle anderen Golfer. Und zwar, Bryson versteht es wie kein anderer, die Schlagfläche im Treffmoment zu stabilisieren. Wie er diese Schlagfläche stabilisiert, dazu komme ich etwas später noch. Aber fangen wir mal im Setup an. Bryson hat ja die Idee, dass er mit einem sogenannten Impact Fix beginnt im Setup. Was ein Impact Fix ist, das kannst du in dem Video sehen, das ich letztens gedreht habe. Hier unten in der Beschreibung kannst du nochmal den Link sehen. Aber ein Impact Fix ist im Prinzip nichts anderes als eine Übung, wo man versucht, im Treffmoment quasi zu starten. Und er simuliert quasi die sogenannte Treffmomentposition. Und es ist normal im Treffmoment, dass das linke Handgelenk schon etwas palmar gebeugt ist. Also wenn es in der Handrücken so steht, nennt man das palmar. Das ist dorsal in die andere Richtung, nur dass wir etwas Anatomie gemacht haben. Und die meisten Golfer, die eben einen Ball gut treffen, haben eine leichte Palmarbeugung oder sind zumindest flach mit dem Handgelenk. Und das ist eine Sache, die Bryson bereits im Setup macht. Er hat eine Palmarbeugung. Das ist extrem ungewöhnlich. Ich kenne keinen einzigen Golfprofi auf der Welt, der das macht, außer er. Das heißt, er steht im Setup da mit einer Palmarbeugung und hat bereits die Hände sehr hoch. Das ist eben diese Treffmomentposition, dieser Impact Fix, den er versucht zu simulieren. Also das ist etwas, was man im Setup schon absolut außergewöhnlich ist. Kein Golfer hat eine Palmarbeugung im linken Handgelenk, außer Bryson. Und warum er das macht, erklärt er eben noch einmal später. Das Nächste, was man denken würde, ist, dass Bryson die Handgelenke ja quasi gar nicht einsetzt. Also er hat ja die Hände eben so fixiert und man glaubt, er macht gar nichts. Und tatsächlich aber winkelt er sehr wohl seine Handgelenke. Und er macht das aber erst sehr, sehr spät im Schwung. Erst ungefähr hier beginnt er erst mit den Handgelenken zu winkeln. Er versucht auch sehr, sehr wenig zu winkeln. Hier in dem Graphen siehst du da die blaue Linie, wie sie hinauf geht. Das bedeutet Radialwinkel. Das heißt, das Handgelenk winkelt hinauf. Der Schläger geht damit auch hinauf. Das heißt, er winkelt radial in dieser Phase, aber eben etwas später als allen anderen Golfer. Er versucht sicherlich, das etwas zu reduzieren. Den Schwung, den du hier siehst, ist ein ganz normaler Treiberschwung von ihm. Also jetzt, wo er nicht extrem drauf gehaut hat. Trotzdem noch lang genug für viele von uns. Aber er hat trotzdem circa 30 Grad Radialbeugung. Also hinauf hier. Das heißt, dass die Handgelenke steif sind bei ihm, das stimmt nicht. Auch verändert sich sein Handgelenk noch in eine andere Richtung. Und zwar, er geht jetzt von dieser Palmarflexion, also von dieser Beugung hier, in eine leichte Dorsalflexion. Das ist sehr normal, wenn man eben die Handgelenke anfängt zu winkeln. Das heißt, auch wenn Bryson das Gefühl hat, er macht gar nichts mit den Handgelenken, siehst du trotzdem hier, dass eben die Handgelenke sowohl mehr machen, als man denken würde. Und das schaut jetzt auch nicht wesentlich anders aus, wie bei anderen Profis. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wie gesagt, das einzige Außergewöhnliche ist vielleicht, dass er etwas später zum Winkeln beginnt im Aufschwung. Dann im Abschwung siehst du, dass Bryson nicht viel Lag erzeugt. Das heißt, er kriegt maximal 4 Grad dazu im Übergang. Das ist nicht sehr viel. Das heißt, er versucht nicht, den Lag zu halten. Nein, man sieht immer wieder Probeschwinger von Bryson, wo er sogar versucht, hier den Lag loszuwerden, die Handgelenke zu entwinkeln. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem sich Bryson sehr, sehr stark beschäftigt. Er beschäftigt sich auch im frühen Abschwung damit extrem, dass er am Lat zieht, sagt er immer, dass er die Hände runterzieht, um Geschwindigkeit zu kreieren. Aber was er nicht versucht, ist eben, die Handgelenke stark zu winkeln. Und ich denke, das ist etwas, was auch Hobbygolfer lernen können von ihm. In dem Fall, dass das keine sehr gute Idee ist, dass man aktiv versucht, Lag zu erzeugen. Dann kommen wir hinein in den Treffmoment. Und jetzt sehen wir, dass Bryson den ganzen Winkel, den er hier gehabt hat, wieder entwinkelt hat. Er ist ungefähr wieder in derselben Streckung hier, in der Ulnar-Streckung hier, die er gehabt hat am Start. Das ist radial hinauf. Ulnar, sagt man, wenn es hinunter geht hier. Und er hat dieselbe Position mehr oder weniger, wie er es gehabt hat im Setup. Sein Handrücken ist wieder zurückgekommen von dieser Position, also von der Dorsalflexion wieder in die Palma-Flexion. Und sie ist sogar ungefähr um 10 Grad mehr geworden, diese Palma-Flexion. Das ist auch wieder nichts Ungewöhnliches, weil Profigolfer normalerweise 20 bis 30 Grad vom Setup zur Treffmoment verlieren. Das heißt, wenn sie Dorsiflex waren, hier circa 20 Grad, ist es ganz normal, dass man so 5 bis 10 Grad Palma wird im Treffmoment. Das sieht man bei fast allen Golfern. Das macht auch Bryson. Nur weil er eben schon so extrem begonnen hat mit dieser starken Palma-Flexion, hat er jetzt nicht mehr so viel Bewegungsfreiraum. Und jetzt verliert er nur quasi nur mehr 10 Grad. Das ist also etwas sehr Ungewöhnliches. Aber wie gesagt, auch sein Griffstil ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Aber am Ende des Tages macht er hier das genau Gleiche, was alle anderen Profis auch machen. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt der Unterschied, wo sich vielleicht ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und zwar ist es absolut üblich, auch bei Profischwüngen, dass das linke Handgelenk im Treffmoment im Prozess ist, in eine Torsalbeugung zu gehen. Das heißt, es löst sich von hier nach hier auf. Das ist ganz normal. Hobbygolfer übrigens beginnen damit schon oft viel zu früh. Da kriegt man dann oft diese gelöffelten Bewegungen. Aber bei Profigolfern ist es auch üblich, dass sie eben das machen, aber sie machen es ein klein wenig später. Das unterscheidet die Profis von den Amateurgolfern. Und Bryson macht es auch. Aber der Unterschied ist, Bryson macht es in einer wesentlich langsameren Rate. Das heißt, er geht tatsächlich hier nicht aggressiv daher, sondern er geht sehr gemächlich hier zum Ball und durch den Ball durch. Das heißt, er verliert schon was, aber eben nicht sehr viel. Warum macht er das? Er macht das deswegen, weil das seine Schlagfläche mehr kontrolliert. Er möchte nicht, dass er hier unabsichtlich zu früh zahlenbricht, dass die Schlagfläche nicht unabsichtlich hier nach links zeigt. Und deswegen versucht er diesen Faktor so gut wie es geht zu limitieren. Eben deswegen hat er eben diese hohen Hände im Setup. Deswegen hat er auch einen sehr dicken Griff, wo er den Schläger etwas mehr an der Handfläche halten kann. Sicherlich mehr wie die anderen Profigolfer, die den Schläger etwas weiter unten in den Fingern haben. Und dadurch schafft er das eben, hier diese Rate rauszunehmen und hat eben diese extreme Dorsalflexion hier nicht im Treffmoment. Das Interessante an der Sache ist ja auch, dass eigentlich diese Bewegung hier auch eine Powerquelle ist. Also wenn man diese ja komplett ausschaltet, dann ist man ja nicht wirklich in einer Position, dass man den Ball weit schlagen kann. Weil wenn du jetzt hier schaust, ich bleibe nur so, geht der Schlägerkopf nicht wirklich schnell durch den Ball. Wenn ich aber hier was mache, bekomme ich sehr wohl Geschwindigkeit. Das heißt, es kann auch eine Chance sein, das zu machen. Es muss nicht nur ins Verderben führen, wenn man das macht. Also ins Verderben führt es eigentlich nur, wenn man da hinten ist. Aber Bryson hat diese Quelle eben ausgeschalten. Jetzt braucht er eine andere Powerquelle. Wie er eben zur Geschwindigkeit kommt. Weil ihm ist das lieber zu halten, damit er eben diese Stabilität hat. Und da macht Bryson jetzt etwas ganz Interessantes. Er verwendet eine sehr, sehr hohe Rate an Suppination. Was heißt das? Das heißt, wenn der Arm jetzt in dieser Stellung hier ist, also dass die Handfläche hinunter zeigt, dann nennt man das eine Pronation. Man kann sich immer das vorstellen, wenn man ein Leib Brot hält, eine Pronation. Nicht mit B mit P, ja, Pronation. Oder eine Suppination. Da kann man sich das vorstellen, wenn man hält eine Suppe, eine Tassisch-Suppe hier, ja, eine Suppination. Und Bryson hat eine sehr hohe Rate der Suppination hier unten. Und zwar ist es normal bei den meisten Profis, dass wenn der Schaft so circa hier bei Parallel ist, dann ist der linke Arm in einer Position, wo er noch circa 60 Grad Suppination braucht, dass er wieder auf Null kommt. Also hier ist er 60 Grad proniert und dann geht er hier auf Null. Und dann ist es normal, dass sie circa hier bei Schaft Parallel auf der anderen Seite ja auch wieder so 60 Grad haben. Das heißt, der Bewegungsumfang ist circa 120 Grad. Bryson hingegen hat hier einen Bewegungsumfang von fast 145 Grad. Das heißt, im Wesentlichen mehr Suppination. Und wenn du das jetzt anschaust, wie Suppination ausschaut hier, dann siehst du hier, dass der Schlierkopf hier sehr schnell wird. Wenn ich keine Suppination mache, wird es langsamer. Und das ist zum Beispiel das, was Dustin Johnson macht. Er macht hier fast gar nichts. Aber dafür macht er hier was. Mit seinem extremen Griff löst er hier auf. Also du kannst verstehen, man hat Möglichkeiten zu wählen, wie man einen Schwung macht. Aber man sollte sich eben auch ein wenig mit den Handgelenken beschäftigen. Auf alle Fälle ist das mit der Suppination etwas, was Hobbygolfe in der Regel überhaupt nicht gut können. Und ich würde dich bitten, dass du immer noch dran bleibst, weil wir nämlich dann später eine Übung machen, wo ich mit dir daran arbeiten werde. So, jetzt wo du verstanden hast, was die Hauptgründe sind, warum Bryson so stabil ist. Eben weil er hier wenig Dorsalflexion hinzugibt. Und weil er hier mit einer hohen Suppinationsrate arbeitet, neben seiner intensiven Körperrotation natürlich. Ist es wichtig, dass du auch verstehst, wie er es trotzdem schafft, diese Suppination zu stabilisieren. Und zwar ist es ganz interessant, dass er ein Konzept der End Range of Motion verwendet. Was heißt das? Und zwar, wenn ich jetzt hier ganz normal stehe und den Arm einfach so in einer normalen Position halte, dann siehst du hier von meinem Ellbogen die Innenseite hier. Und der Oberarm, der befindet sich bei mir in einer Auswärtsrotation, also in diese Richtung rotiert. Bryson aber macht das anders. Er ist eine Innenrotation. Er versucht, den Oberarm in diese Position zu bewegen. Ich erkläre dir dann gleich, warum er das macht. Aber nur mal zurück zu dieser Außenrotation. Wenn ich hier bin, und das sehe ich mir in den Unterarm jetzt mehr an, da kannst du hier anhand des Handrückens ungefähr erkennen, wohin die Schlagfläche zeigt. Und zwar kann der Oberarm so sein. Jetzt könnte der Unterarm so sein. Dann würde der Ball nach rechts gehen. Er könnte zum Ziel zeigen, dann geht der Ball gerade. Oder kann auch so sein. Das heißt, ich habe eine riesengroße Variante an Möglichkeiten, was der Unterarm machen kann. Egal, was der Oberarm jetzt gerade macht. Bin ich jetzt aber zum Beispiel in einer Innenrotation, also maximal einwärts gedreht, dann habe ich hier auf einmal ganz eine andere Range of Motion. Das ist ein ganz anderer Bewegungsfreiraum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Unterarm supiniere, denke ich noch an die Suppe hier, und dabei oben einwärts gedreht bleibe, dann siehst du, kann ich nicht mehr drehen als so viel. Das heißt, ich kann so viel supinieren, wie ich will. Ich kann eigentlich nicht über das Ziel hinausschießen. Und das ist ja etwas, was Bryson in seinem Golfschwung nützt, um eben so eine starke Suppinationsrate überhaupt haben zu können und dabei nicht immer links abzuhauen, dass er eben hier das so eingestellt hat, dass er im Treffmoment den Oberarm eingedreht hat und quasi nicht überkochen kann, dass er nicht drüber gehen kann über das. und kann halt jetzt so hart draufschlagen, wie er möchte. Das tut mir persönlich sogar etwas weh. Aber er kann so viel supinieren, wie er möchte. Er kann im Prinzip den Ball nicht wirklich links schlagen, außer er würde jetzt irgendwas Komisches machen mit dem Körper oder so. Gut, jetzt wirst du vielleicht denken, es ist sehr spannend, diese Sache, aber was kann ich als Golfer davon lernen? Die Sache ist die, fast alle Hobbygolfer haben Probleme mit dieser Suppination. Deswegen haben sie auch diese Chicken Wings. Also die meisten Golfer, wenn ich die auf dem Hackmotion, auf diesem Sensor messe, sieht man, dass der Ellbogen eigentlich in eine Pronation geht, also Richtung einer Pronation geht und nicht in eine Suppination. Dadurch bleibt die Schlagfläche häufig sehr, sehr offen. Zusätzlich verwenden sehr viele Hobbygolfer auch einen Griff für Bryson Dejan Bowe, aber unabsichtlich, und zwar zu stark nach links ausgedreht. Das heißt, wenn ich nicht supiniere und wenn ich dabei einen Griff habe, der quasi untergedreht ist, nach links, so wie Bryson es hat, dann passt das nicht zusammen. Und das sind eben diese Slice, die alle Golfer schlagen. Das heißt, für den Hobbygolfer empfehle ich auf keinen Fall den Griff von Bryson Dejan Bowe. Und ich möchte jetzt, dass wir eine Übung machen, wo du lernst zu supinieren und wo du auch lernst, den Handrücken in einer gebeugteren Stellung im Treffmoment zu haben. Weil die meisten Golfer, die jetzt diesen Chicken Wing machen, diese zu wenige Suppination machen, die brechen auch hier zusammen und machen eben diese Löffelbewegung. Und die brauchen ein ganz extremes Gefühl von Palmar im Treffmoment und auch nach dem Treffmoment, obwohl das gar nicht passiert. Man braucht dieses Gefühl und man braucht dieses extreme Gefühl von Suppination. Und da werde ich dir jetzt eine Übung zeigen. Und zwar diese Übung habe ich gelernt von, ich glaube, es war Brian Manzeller und die heißt Wedding Ring Up, Ehring Rauf Übung. Ich habe jetzt inzwischen einen Ehring, ja, den gebe ich mir auf die linken Hand. Und die Übung sieht so aus, dass du einen ganz normalen Griff machst, bitte leicht dorsal, so wie es eigentlich Lehrbuch ist, würde ich dir schon empfehlen. Und wenn du jetzt aufschwingst, schaust du mir, dass der Handrücken hier relativ flach ist. Aber jetzt kommt es, ich möchte, dass du versuchst, im Abschwung runter zu beugen, in diese Richtung, das heißt, die Schlagfläche jetzt zur Kamera zu drehen, ja, das Gefühl. Jetzt sehe ich den Ehring nicht, ja, der ist weg. Wenn ich das in die falsche Richtung machen würde, also hier, da würde ich den Ehring sehen. Drehen weg und jetzt schwinge ich durch und jetzt kommt es. Jetzt, wenn ich durchschwinge, möchte ich, dass der Ring auf dieser Seite erscheint. Okay, auf dieser Seite. Das heißt, ich mache das einmal ganz kurz durch. So, das ist eine ganz extreme Position. Ich mache das mal hier vor. Also es schaut ziemlich blöd aus, aber das ist eine extreme Übertreibung. Manchmal braucht es Übertreibungen, weil wenn du diese Übung machst mit dem Ring, dann hast du eben garantiert, dass du auf keinen Fall zu früh das gemacht hast. Und es fördert auch diese Suppination hier. Das heißt, du kannst dir wirklich auch vorstellen, dass du hier die Suppe hast. Du kannst in den Suppentopf hineinschauen und hier hast du den Ehring. Und diese Übung würde ich immer wieder mal machen, wenn du jemand bist, der Probleme hat mit Slice oder mit dem Chicken Wing. Und lass mich bitte unten in den Kommentaren wissen, wie es mit dieser Übung vorangeht. Wenn du mehr über Bryson Schwung lernen möchtest, da habe ich vor kurzem mal ein ganz interessantes Video gemacht, wo ich noch mehr über seinen Schwung erzähle. Bitte schau das unbedingt als nächstes an. Und viel Spaß bei der US Masters diese Woche. Vielen Dank.